Hallo VfL Stadefans, ich bin Micha, ich bin 20 Jahre alt, komme ursprünglich aus Ludwigsburg. Wenn ihr nach Ludwigsburg geht, habe ich so ein paar kleine Tipps, die man auf jeden Fall machen sollte. Das wäre unter anderem den Mondreporsee mal zu besichtigen. Da kann man ein Tretboot fahren, das sieht ganz gut aus. Vor allem wenn man eine Freundin hat oder eben auch eine Frau, da kann man dann eben auch einen guten romantischen Tag verbringen. Oder man geht ins blühende Barock, das ist ein riesiges Schloss von Ludwig XIII. Das ist auch auf jeden Fall ganz schön, da gibt es auch einen schönen Märchengarten, da kann man auch gut mit den Kindern hin, wenn man Kinder hat. Ich bin hier außerdem und mache meine Ausbildung bei Moorsports. bin im Sportbereich tätig als Einzelhandelskaufmann im dritten Lehrjahr, mache dort meine Ausbildung dann fertig und dann werden wir sehen, wie es dann weitergeht. Eben, ich bin joggerlich bei Moorsports-P bassist und für ein воды Peki mit den